Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute die Two Moods Palette von Give Me Glow Cosmetics für euch austesten. Ich weiß, das ist nicht mehr die neueste Palette. Sie ist aber jetzt erst in meiner Sammlung eingezogen, da Give Me Glow ganz neu bei Monolith Shop online gekommen ist. Und ja, da musste ich sie bestellen. Ich wollte sie wirklich schon länger haben. Es hat mich aber immer ein bisschen so zurückgeschreckt, in Amerika bei Give Me Glow zu bestellen, weil einfach der Versand unglaublich hoch ist. Und da war ich ein bisschen zu geizig dazu, noch mal dort zu bestellen. Und habe dann irgendwann mitbekommen, dass es bei Monolith Shop online kommt. Und dachte, okay, wenn sie da online ist, dann bestelle ich sie. Und jetzt ist sie in meiner Sammlung. Ich möchte euch gerne zwei Looks mit der Palette schminken. Ihr klappt sie so auf. Ich mache das einfach mal kurz. Und dann habt ihr hier diese wunderschöne Palette. Ihr habt Too Mood, ihr habt einmal so diese ein bisschen darker Mood und dann die fröhliche, würde ich sie jetzt nennen, fröhlich verspieltere Mood. Genau. Ich würde gerne mit jeder Seite einen Look schminken. Ich zeige euch dann am Ende natürlich noch die Swatches zu der Palette. Und ich freue mich so drauf. Ich liebe Give Me Glow und finde die Qualität einfach unglaublich gut. Hoffe natürlich, dass sie hier auch so ist. Und ich würde einfach sagen, ich starte jetzt mal. Genau. So, alles an allem. Ihr habt 16 Shades hier drinnen. Und die Give Me Glow Cosmetics Shades sind relativ groß. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich bezahlt. 65,50. Was ich eigentlich echt in Ordnung finde. Monolith Shop ist ja ein Shop aus, eigentlich aus der Schweiz. Aber sie verschippen auch, ist es Konstanz? Ich glaube aus Konstanz, also am Rudensee, Schweizer Grenze so ein bisschen. Und dadurch bezahlt ihr natürlich nicht nochmal extra die Steuern drauf, falls eben von innerhalb Deutschlands verschickt wird, was super ist. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal und schwätze dabei weiter. Ich gehe als erstes in Hangry. Das ist der Shade hier. Und den gebe ich mir mal mit einem großen fluffigen Pinsel auf dem ersten Auge in die Lidfalte. Genau. Ich muss ja sagen, dass Monolith Shop mit einer meiner, ja, liebsten Online-Shops so mittlerweile geworden ist. Weil Monolith Shop es wirklich schafft, unglaublich viele Indie-Brands in ihren eigenen Online-Shop zu bringen. Indie-Brands, die ich liebe. Es ist Give Me Glow dabei. Es ist Clarity Cosmetics dabei, die ich auch unglaublich gerne mag. Ihr kriegt Unearthly Cosmetics. Ihr bekommt Clionat. Ihr bekommt Terramoon. Blend Bunny Cosmetics. Also ihr, es ist unglaublich, wie viele Indie-Brands sie in ihren Online-Shop bringen. Und dadurch liebe ich natürlich Monolith. Ich liebe es, Indie-Brands auszutesten. Wer mich schon länger verfolgt, weiß das. Und ich weiß auch, dass viele von euch mich schauen eben wegen den Indie-Brands, weil man das hier im deutschen Raum sonst nicht so häufig bekommt. Und ja, ich liebe es. Also Monolith ist mit einer meiner liebsten Online-Shops geworden, die mich auch sehr viel Geld kosten. Aber ich bestelle unglaublich gerne da, weil es halt unkompliziert ist. Und wenn ihr da in den Online-Shop guckt und ihr seht den Preis und denkt, oh, ist ein bisschen hoch. Im amerikanischen Online-Shop ist die Palette viel günstiger. Klar. Aber ihr müsst halt obendrauf dann immer noch den Versand rechnen, der meistens aus Amerikas sehr teuer ist. Und dann natürlich noch die Steuer, die ihr nachbezahlen müsst. Deshalb kommt ihr meist, wenn ihr bei Monolith bestellt oder nicht meist, bis jetzt, was ich so rumgerechnet habe, immer günstiger raus. Und ihr habt natürlich nicht den Stress, dass ihr zur Post gehen müsst und nochmal was nachbezahlen. Also ich kann euch Monolith auf jeden Fall empfehlen. Das hier ist einfach meine persönliche Empfehlung für jeden, der Indie-Brands liebt. Schaut da gerne mal vorbei. Ich werde hier natürlich für nicht bezahlt. Monolith, falls ihr mich sponsern wollt, gerne. Aber ja, es ist einfach nur meine Empfehlung. Ich weiß, viele von euch lieben die Indie-Brands auch genauso wie ich. Und ich kann euch das einfach nur ans Herz legen. Schaut da gerne mal vorbei. So, der erste Shade, unglaublich gut pigmentiert, lässt sich toll verblenden. Love it. Dann würde ich mit einem kleineren Pinsel, das ist echt schwierig, die Palette euch zu zeigen, würde ich in Mood Swing in Process gehen und danach gehe ich in Do Not Disturb. Ich zeige euch das jetzt gleich mal so, bevor ich die Palette wieder runternehme. Gehe als erstes in Mood Swing in Process und verdunkele damit einfach so ein bisschen noch meine Crease. Auch sehr schön pigmentiert. Ja, also das war jetzt so meine kleine Lobeshymne an Monolith. Und dann gehe ich in Do Not Disturb, in den dunkelsten Ton, immer gut abklopfen, weil die Shadows ein bisschen pudriger sind. Wow, okay. Und damit dunkle ich hier am Rand noch ab, so ungefähr bis zur Mitte. Ja, ich liebe Indie-Brands einfach. Ich finde mittlerweile, die Indie-Brands haben einige spannender als so die Drogerie und High-End-Brands, weil ich es erstens mal unglaublich, wie sagt man das, bewundernswert finde, wenn jemand Make-Up liebt und sich dann mit einem Brand selbstständig macht. Ich finde das sehr bewundernswert. Ich habe da allergrößte Achtung vor jedem, der das tut. Und wenn da natürlich so tolle Qualität noch rauskommt, wie bei den meisten Indie-Brands, die ich bis jetzt getestet habe, dann ziehe ich natürlich noch mehr meinen Hut. Deshalb unterstütze ich halt einfach auch gerne Indie-Brands, weil ich finde, man sollte das mit fördern, mit unterstützen, wenn jemand sein Herzblut und natürlich auch viel Geld in sowas reinsteckt, in so eine Entwicklung und dann so tolle Produkte rauskommen, finde ich, sollte man das unterstützen. Und ich finde einfach, dass die Indie-Brands, gerade was so die Color-Stories und so angeht, irgendwie kreativer sind als so manches High-End- oder Drogerie-Brand. Und ich finde auch, dass meistens in den Verpackungen, in den Aufmachungen mehr Liebe steckt. Und das erwärmt natürlich total mein Herz. Deshalb, ja, ich liebe Indie-Brands einfach. Und auch der Ton, wow, okay. Allein so könnte ich den Look schon lassen. Unglaublich schön, tolle Pigmentierung. I love it. Jetzt möchte ich aber trotzdem natürlich noch einen Schimmer benutzen und dafür würde ich in Pink Champagne Diet gehen. Das ist der hier unten. Jetzt nur aber mal so als kleines Ding. Ich finde, die Palette ist so richtig schön in Quads aufgeteilt. Ich zeige euch das jetzt mal kurz so. Mein Gesicht müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Ihr habt hier wunderschöne Quads. Ihr habt einmal hier oben ein Quad. Ihr habt hier unten dieses neutrale, braune Quad. Das ist oben das bisschen murbigere. Hier habt ihr so ein ganz helles Sommer-Quad. Und hier unten habt ihr so ein bisschen so, ja, Corals hier oben. Und hier unten so ein bisschen die Blushed Pinks, würde ich sie nennen. Also an sich ist die Palette so in Quads aufgeteilt. Ich könnte jetzt natürlich auch den nehmen, um in dem Quad zu bleiben. Aber ich möchte so ein bisschen was helleres nehmen. Deshalb nehme ich Pink Champagne Diet. Aber das finde ich bei der Palette wirklich sehr, sehr cool. An sich braucht ihr euch nicht viele Gedanken machen, sondern ihr habt schon die perfekten Töne in so Viererkombinationen eingeteilt. Falls ihr mal nicht viel überlegen wollt, zack, habt ihr eure Looks schon vorgegeben. Wow, okay. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen, oder? Ich nehme den kleinen Pinsel und gehe nochmal so kurz so ein bisschen über den Rand. Ich bin ja jetzt schon völlig verliebt. Okay. Ich würde sagen, ich mache den zweiten Look und danke Ihnen Best I've Ever Had. Das ist der hier. Und dann gebe ich mir den mal in die Nidfalte. Ich wollte die Palette ja schon gerne haben, wie gesagt, als sie rauskam. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber da war ich einfach zu geizig, nochmal bei Give Me Glow zu bestellen. Ich hatte da schon einmal bestellt. Das heißt, ich wusste, was für eine Qualität auch auf mich zukommt. Ich fand Give Me Glow bei meiner letzten Bestellung schon super. Ich finde, das ist eine unglaublich tolle Qualität. Aber ich war einfach zu geizig, nochmal so viel Versand zu bezahlen. Ihr wisst selbst, dass ich es hasse, 4,95 Euro an Versand zu bezahlen. Und das wäre, glaube ich, wieder so um die 20 Dollar gewesen. Und da war ich einfach zu geizig. Deshalb hat mein Herz natürlich einen Riesenschlag getan, als ich gesehen habe, dass es zu Monolith kommt. Der ist auch schon schön pigmentiert, für das, wie hell er ist. So, dann würde ich in den daneben gehen. Feed Me and Tell Me I'm Pretty. Me, When I'm Hungry. Und den gebe ich einfach auch noch so ein bisschen mit in die Lidfalte. I love it. Ich liebe Indie-Brands einfach. So. Und dann nehme ich mir wieder einen kleinen Pinsel und gehe in ein Neat Retail Therapy. Das ist der hier. Der dunkelste von dem Quads sozusagen. Und damit dunkel ich hier ein bisschen ab. Der Look wird natürlich um einiges heller sein, als jetzt die Seite, weil hier haben wir ja so die dunkle Seite und hier haben wir die helle Seite. Und ich finde, das spiegelt das eigentlich schon so ganz gut wider. Nehme ich mal kurz über den Spiegel. Und mit I Need Retail Therapy, ja, beschreibt es ganz gut. Ich war heute auch mit meinen Eltern einkaufen in Robbenheim. Das ist ja, also ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart. Und von uns ist man ja relativ schnell in Frankreich drüben. Und Robbenheim ist so an der Schweiz, äh, Schweiz, genau. An der französischen, das wollte ich sagen, französischen deutschen Grenze. So ein Outlet. Und da waren wir heute. Normalerweise muss ich sagen, finde ich da immer nicht so viel. Heute habe ich mir zwei Paar Schuhe gekauft und, ähm, noch eine Kette. Also heute habe ich schon zugeschlagen. Drei Paar Sneaker habe ich mir gekauft. Ich liebe ja Sneaker. Ja, und dann waren wir natürlich noch in einem Supermarkt einkaufen, weil ihr wisst, ich liebe Lebensmittel. Und wenn ich in Frankreich bin, shoppe ich da natürlich auch. So, da muss ich jetzt sagen, bei dem Ton finde ich die Abstufung nicht genug. Wenn ihr euch jetzt die mal anguckt, die drei, finde ich, sehen sie auf dem Auge schon sehr, sehr ähnlich aus. Ich glaube, da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Abstufung gewünscht. Aber okay, weil so ein Pfännchen sehen sie schon von der Abstufung aus, auf dem Auge nicht. Dann würde ich in I Clitorally Can't, funny, liebe ja solche Wortwitze, ne? Ja, das würde jetzt halt Palette wieder aus den Armen legen, so den kleinen Spiegel. Heute bin ich wieder sehr gut. Wird jetzt halt so ein monochromatischer Look. Aber dagegen spricht ja jetzt hier nichts, ne? Sehr schön. Ja, sehr schön. Und man sieht wirklich den Kontrast zwischen den zwei Moods sozusagen super. So, das sind ganz professionell die Swatches. Ich muss jetzt meinen Arm so ein bisschen drehen, damit ihr es seht. Ich habe es immer in den Quads geswatcht. Ihr habt oben die Dark Side und unten habt ihr eben so diese Brighter Side. Ich muss sagen, ich musste wirklich für die Swatches nur ganz, ganz leicht in die Pfännchen rein. Die Metallics, ein Traum. Die Mattentöne, ein Traum. Ich glaube, ja, man sieht es sehr gut. Ich liebe die Palette. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde beide Looks wunderschön. Ich zeige sie euch jetzt einmal nochmal. So, wir haben hier eben so den dunkleren Look. Und hier haben wir den wunderschönen, hellen Look. I love it. I absolutely love it. Also, ja. Ich kann euch die Two Moods Palette von Give Me Glow nur empfehlen. Das ist die gewohnte Give Me Glow Cosmetics Qualität. Und ja, falls euch das Farbschema natürlich anspricht, schlagt zu. Ich bin froh, dass ich sie endlich in meiner Sammlung habe. Ich liebe sie. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich werde auf jeden Fall noch einige Looks damit schminken. Und ich muss sagen, dass ich den hier so bombastisch finde. Und den so im Sommer. Das ist so ein richtiger, ja, Hingucker-Look. Also, ich kann gar nicht so viele Daumen nach oben geben, wie ich möchte, weil ich leider nur zwei habe. Ich würde aber wirklich sehr, sehr viele Daumen nach oben dafür geben. Ich finde sie super. Lasst mich gerne wissen, ob ihr die Palette auch habt und wie sie euch so gefällt. Und welcher Look euch natürlich besser gefällt. Ich liebe sie. Ich bin wirklich... Ich glaube, man merkt mir das immer ganz gut an, wenn ich von der Palette begeistert bin, weil ich dann gar nicht mehr aufhören kann zu grinsen. Und ich finde sie wirklich spitze. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!